In diesem Video geht es um die besten Topfsets. Der Qualitätssieger in unserem Topfset-Test geht an das WMF Provenx Plus Topfset. Die Töpfe der Serie Provenx Plus von WMF mit Sichtkochdeckel sind ideal zum wasserarmen, energiesparenden Kochen. Die Chromagan Kochgeschirre weisen hohe Gebrauchseigenschaften auf. Der hochwertige Edelstahl-Chromagan ist auch bei intensivem Gebrauch unverwüstlich, unempfindlich gegen Kratzer und Stöße, geschmacksneutral, pflegeleicht, spülmaschinenbeständig und dazu absolut hygienisch. Die Töpfe sind durchdacht bis ins Detail. Sie sind mit einem Transterm-Allherdboden versehen, der für alle Herdarten, einschließlich Induktionsherde, geeignet ist. Die ergonomisch geformte Griffe aus Edelstahl und ihr modernes Design passen sie in jede Küche. Der ausgestellte Schüttrand sorgt für problemloses Ausgießen. Wer gerne und regelmäßig kocht, braucht verschiedene Töpfe, wobei sich für die Standardausstattung ein paar Grundformen bewährt haben. Diese kombiniert WMF in unterschiedlichen Größen zu einer vielfältigen Auswahl, wobei Fleisch- und Bratentöpfe in keinem Set fehlen dürfen. Drei-, vier- oder fünfteiligen Topfsets beinhalten meistens Fleisch-, Gemüse- und Bratentöpfe mit Deckel und eine Stielkasserolle ohne Deckel. In den Fleischstopf passt alles rein, was zum Kochen viel Flüssigkeit braucht. Da sein Rand besonders hoch ist, spritzt beim Braten von Fleisch nichts heraus und auch Nudeln, Kartoffeln und Gemüse nimmt er ohne Probleme auf. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Amazon Basic Topf Set. Das 15-teilige Kochgeschirr-Set mit Antihaftbeschichtung beinhaltet Bratpfanne mit 20 cm Durchmesser, Bratpfanne 25 cm Durchmesser, Kochtopf mit Deckel 1,4 Litern, Kochtopf mit Deckel 2,12 Litern, Auflaufform mit Deckel 2,83 Litern, Auflaufform mit Deckel 4,73 Litern. Und ein 5-teiliges Set bestehend aus Spaghetti-Heber, Suppenkelle, geschlitztem Pfannenbänder, Servierlöffel und geschlitztem Servierlöffel. Aluminiumkorpus mit Antihaftbeschichtung für ein einfaches Kochen und Reinigen es ist BPA-frei. Komfortable, kühlbleibende Soft-Touch-Griffe. Glasdeckel mit Dampfauslass. Spiralboden für gleichmäßige Wärmeverteilung geeignet für Gas-, Elektro- und Glasherde. Zur leichten Reinigung Spülmaschinenfest-Handwäsche wird dennoch empfohlen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Top-Set-Test ist das GSW Montreal Top-Set. Handfreundliche Kaltmetallgriffe. Außen- und Innen hochglanzpoliert. Energiesparender, extra starker. Thermo-Kapselboden. Für alle Herdarten auch Induktion. Backofen geeignet bis 240 Grad. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.